Jubel auf der Aquarius, als das Schiff in den Hafen von Valencia einläuft. Nach acht Tagen Odyssee auf dem Mittelmeer, an Malta, Italien und Frankreich vorbei, weil in Europa nur Spanien einen Hafen für das Schiff öffnen wollte. Ebenfalls eingetroffen, zwei Schiffe der italienischen Marine, die der überfüllten Aquarius unterwegs einen Teil der Flüchtlinge abgenommen hatten. Wenn die Oma Sy bittet, müsste die Wahrheit sagen, so schärft es ein Mitarbeiter der Hilfsorganisation den Flüchtlingen ein. Noch an Bord werden sie dann von Ärzten untersucht. Es macht mich traurig, dass wir in einer solchen Situation sind. Und ich hoffe, dass die Aufmerksamkeit, die dieser Fall bekommen hat, das System verändert, sagt ein Retter. Doch das scheint unwahrscheinlich, denn ein Drama wie um die Aquarius könnte sich demnächst wiederholen. Italiens Innenminister Salvini reagierte nämlich heute so. Das ist ein Zeichen, dass sich gerade etwas ändert. Wir sind nicht länger die Fußmatte Europas. Er ist entschlossen, auch in Zukunft Rettungsschiffe von Italiens Häfen abzuweisen.